Vielen Dank für Ihr super Engagement. Wir möchten uns jetzt mit dieser Videobotschaft bei Ihnen bedanken. Plötzlich und unerwartet mussten wir diesen März 2020 Hallohöfner Häuser schließen. Der Grund dafür ist allen bekannt. Das Corona-Virus auf Covid-19. Auf einmal waren die Häuser leer. Das Restaurant war geschlossen. Kein Kunde mehr. Die Mitarbeiter an Kurzarbeit, das klingt erstmal toll. Doch nach zwei Wochen hat man davon die Nase voll. Fast ausgestorben war das Höfner-Leben. Hätte es nicht Euch Azubis gegeben? Jeden Tag im Einsatz an allen Enden. Aufräumen, Ordnung machen in den Höfner-Vierenden. Tickets tauschen, Ware annehmen, Regale voll machen. Nebenbei noch die wichtigen schulischen Sachen. Ihr habt den Kundendienst und die Telefonmatlein gerockt. Und draußen hat das schöne Wetter gelockt. Wir wissen, es war nicht immer leicht zu verstehen, dass ihr arbeiten solltet und die anderen konnten gehen. Kaum ein Azubis in der Zeit krank geworden. Dafür gibt es für Euch einen Extraort. Ihr habt uns gezeigt, was in Euch steckt. Und damit noch mehr Vertrauen geweckt. Und für diesen tollen Einsatz in all den Tagen wollen wir heute ganz laut Danke sagen. Liebe Azubis, auch ich möchte Danke sagen. Lasst uns nun nach vorne schauen und das Gelernte in dieser Zeit nicht vergessen. Ihr habt alle Möglichkeiten, Euch im Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich bin stolz auf Euch und freue mich auf eine weitere spannende Zeit mit ganz viel kreativen Menschen, wie Ihr es seid. Dankeschön. Och, der wird heute ganz schön. Danke fürs, euch an die ganze Zeit mit in der Zeit, die wir nun von Oder bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.